Der nächste Vortrag ist von Julia und Elisa zu Superlab und hier ist das Mikro. Ich mache mal den Anfang. Hallo zusammen, wir sind heute hier. Ich bin Elisa Lindinger, ich bin zusammen hier mit Julia Kläuber. Wir halten gerade noch den gebotenen Mindestabstand, deswegen bin gerade nur ich im Bild. Wie Paula schon gesagt hat, haben wir letztes Jahr Super gegründet. Wir sind aber schon länger an der Schnittstelle zwischen Technik, Digitalem und Gesellschaft unterwegs und machen da Projekte in verschiedenen Kapazitäten und auch in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und deswegen, weil uns das Thema umtreibt, verfolgen wir natürlich die Nachrichten und gerade im Digitalbereich, aber auch darüber hinaus. Und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, hat Anfang des Jahres dann das Coronavirus die Nachrichten auch tatsächlich dominiert und hat sich nach und nach ausgebreitet und es wurde immer mehr berichtet über die ersten Reaktionen darauf. Das waren erstmal so freiwillige Geschichten wie Hashtag Stay at Home. Leute haben angefangen, ihre eigenen Strategien zu entwickeln und nach und nach wurde es aber immer mehr. Die Leute sind ins Homeoffice gegangen und die Kontaktsperre wurde ausgerufen und tatsächlich wurden dann sogar die Schulen geschlossen. Und natürlich haben die meisten Schlagzeilen rund um Corona einen medizinischen Zusammenhang. Da ging es um die Fallzahlen und so weiter, aber wir haben auch gemerkt, dass die Digitalressorts voll waren mit dem Thema Corona und tatsächlich ist es eine sehr enge Verknüpfung von diesen Themen Corona und Digitales gab. Und wir haben euch mal ein paar Schlagzeilen mitgebracht, weil die Zeit ja so schnell vergeht. Und zwar war auf einmal eine Plattform, ein Werkzeug in aller Munde, nämlich Zoom. Auf dem hat sich auf einmal die ganze Welt getummelt scheinbar, sogar einzelne Gremien der EU. Das ist deswegen in die Schlagzeilen geraten, weil Zoom vorher vor allem durch technische Unsicherheiten von sich Reden gemacht hat und dass sogar EU-Gremien, so große Institutionen, die tatsächlich viele Ressourcen zur Verfügung haben, auf einmal auf solche Tools umsteigen, zeigt eine Sache, nämlich wie schlecht wir auf diese Krise und die veränderten Voraussetzungen vorbereitet waren. Dass sogar so eine Kleinigkeit wie, hey, unsere Meetings, die ohnehin jede Woche stattfinden, müssen auf einmal digital stattfinden und nicht mehr analog im Meetingraum. Das war also offensichtlich schon eine große Herausforderung. Und die Entscheidung, welche Tools da zum Einsatz kamen, die wurden offensichtlich übers Knie gebrochen. Denn nur so ist zu erklären, dass solche Lösungen, die also Datenschutz und IT-Sicherheit eben nicht mit eingebaut haben, sondern im Gegenteil dafür bekannt sind, dass sie da entgegenwirken, dass die sich durchgesetzt haben und dass die zum Einsatz kamen. Zoom kam danach direkt nochmal in die Schlagzeilen. Die mussten nämlich zugeben, dass ein Teil ihrer Meetings über Server in China geroutet hat, wo es zu vermuten ist, dass die Regierung da direkt darauf zugreifen kann. Wollen wir hoffen, dass das Meeting der Euro-Gruppe nicht da vor eins davon war. Bei anderen war die Wahl der richtigen Plattform für die Videokommunikation eher schon ein Luxusproblem, zum Beispiel bei der Berliner Verwaltung. Die haben versucht, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ins Homeoffice zu schicken, da wo es möglich ist. Tatsächlich gab es für die rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber nur 4.000 Zugänge ins Intranet. Und das macht, wenn man es nachrechnet, nicht annähernd die Hälfte aus, im Gegenteil sind 4%. Also auch hier wurden Chancen vergeben. Es war keine Infrastruktur vorhanden, wie die Arbeit einfach ins Digitale verlegt werden kann, obwohl eigentlich die Voraussetzungen dafür gar nicht so schlecht waren am Anfang. Ein weiteres Beispiel ist Dienstleistung im Allgemeinen und davon lassen sich natürlich viele, wie Haare schneiden, nicht unbedingt ins Digitale übertragen, andere dagegen schon und die sind sogar essentiell. Zum Beispiel medizinische Sprechstunden und noch viel wichtiger Therapiegespräche. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, es gab dann tatsächlich auf Twitter Aufrufe, wo sich Einzelpersonen, Leute, die zu Hause in einem Server rumstehen haben, gemeldet haben und sagten, hey, ich habe hier eine Jitsi-Instanz, also auch ein Videokommunikationstool, ich habe eine Jitsi-Instanz aufgesetzt und ihr als Therapeutinnen und Therapeuten könnt die nutzen für eure Gespräche. Also die Zivilgesellschaft ist hier eingesprungen und hat einen essentiellen Service bereitgestellt. Und das haben wahrscheinlich wirklich alle mitbekommen inzwischen. Durch die Schulschließungen spitzt sich bei uns gerade die Bildungsungerechtigkeit weiter zu. Wir haben die absurde Situation, dass Schülerinnen und Schüler also ganz unterschiedliche Anforderungen zu Hause erfüllen müssen, um dem Unterricht irgendwie folgen zu können. Das fängt an bei sowas wie, sie brauchen eine Drucker- und Scanner-Kombination und müssen täglich das PDF ausdrucken und dann ausgefüllt wieder einscannen und an die Lehrerinnen und Lehrer schicken. Bis hin zu, nicht nur die Eltern oder Erziehenden sind in Videocalls wegen ihrer Arbeit, sondern jedes einzelne Kind braucht auch noch einen Rechner, an dem es an den Klassencalls teilnimmt. Und am besten natürlich dann auch noch ein eigenes Zimmer, denn ansonsten kommt man sich tontechnisch in die Quere. Und wenn dann fünf Leute in einer fünfköpfigen Familie zeitgleich irgendwie auf Zoom oder sonst wo unterwegs sind, dann geht in Deutschland außerhalb der Großstädte auch gerne mal die Bandbreite in die Knie oder das Netz in die Knie, weil einfach die Bandbreite nicht ausreicht. Und auch hier tritt also die Wahl der reinen Tools total in den Hintergrund. Wir sehen einfach, wir hatten offensichtlich nicht ordentlich vorgesorgt und wir haben keine Infrastruktur, die wir als eine Fallback-Lösung nutzen können. Und deswegen diese ganzen Effekte mit der heißen Nadel. Und als letztes Beispiel habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Berliner Clubs natürlich gerade keine Gäste empfangen können und deswegen versuchen so ein bisschen das soziale und kulturelle Leben ins Internet zu verlagern. Unter United We Stream geben sie Künstlerinnen und Künstlern weiter Sichtbarkeit und versuchen da so ein bisschen den Ball hochzuhalten. Und andere vermissen einfach das Berghain so sehr, dass sie zumindest bei der Zoom-Party bitte abgewiesen werden wollen und nicht reinkommen wollen. Ja, und hiermit übergebe ich an Julia. Genau, und dann Anfang März, wenn man sich nochmal in die Zeit reinversetzt, waren alle auf der Suche, wie Elisa schon meinte, wie kann man gut aus dem Homeoffice kommunizieren, wie können Kinder gut zusammenarbeiten, weiterhin lernen in der Schule. Also alle waren auf der Suche nach Tools und Lösungen. Auch die Bundesregierung. Am 20. bis 22. März gab es den Wir vs. Virus Hackathon unter der Schirmherrschaft von Helge Braunes im Bundeskanzleramt. Das heißt, plötzlich war in der Ausnahmesituation vieles möglich. Ganz spannend zu beobachten, weil so ein Hackathon organisiert mit der Bundesregierung und unter der Schirmherrschaft des Kanzleramtes, da hätte man wahrscheinlich ein Jahr lang geplant oder zumindest ein halbes. Und ich glaube, das wurde innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt. 40.000 Anmeldungen gab es zu dem Hackathon. Und ich habe heute nochmal nachgeguckt, was ich damals getwittert habe. Und das war auch so ein bisschen der Startschuss von dieser digitalen Zivilgesellschaftsinitiative. Ich habe getwittert, gute Aktion, aber auch toll, dass die digitale Zivilgesellschaft so viele Communities und so viel Arbeit in den letzten Jahren mit langem Atem da reingesteckt hat, dass man jetzt eben schnell Communities auf die Bänke rufen kann und der Aufruf, dem dann auch viele folgen. Also diese lange Vorarbeit, die einfach nicht nur punktuell passiert, sondern für diesen bestimmten und langen Atem braucht. Und so kamen wir irgendwie auch drauf, wir haben gesehen, okay, diese Ausnahmesituation, die macht so ein paar neue Dinge möglich und eigentlich ist es jetzt auch an der Zeit zu sagen, wie wichtig und wie essentiell und wie systemkritisch die digitale Zivilgesellschaft ist. Und so kamen wir drauf, Empfehlungen zu entwickeln. Und um ehrlich zu sein, diese Prozesse, für die liebe ich so die Zivilgesellschaft und die Organisationen. Man setzt sich hin, man überlegt sich was, man spricht mit unterschiedlichen Leuten, unter anderem auch mit Leuten vom Prototype Fund, setzt einfach mal ein Etherpad auf und dann kommen da ganz viele dazu und schreiben mit. Und so war es auch da. Man hätte da wahrscheinlich 15 Empfehlungen draus machen können, aber es ist auch klar, dass man will, dass sowas kurz und knackig ist, dass es eingängig ist, dass sich Leute das auch wirklich durchlesen. Das heißt, in mehreren Abenden mit vielen Ehrenamtlichen wurden dann diese Empfehlungen gestrickt. Die Erstunterzeichner haben da ganz fleißig mitgeschrieben. Und ein paar der Empfehlungen will ich euch jetzt vorstellen, beziehungsweise wir stellen euch alle vor, vorweg mal die Öffnung der Digitalpolitik für zivilgesellschaftlichen Input. Das ist so eine der essentiellsten Forderungen. Die Forderungen, ich lese sie euch mal kurz vor, weil sie sind sehr schnell irgendwie zu überblicken. Digitalpolitik, die das Gemeinwohl ins Zentrum stellt, lässt sich nur gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren und Initiativen verwirklichen. Hierfür muss sich die Politik noch weiter für Vorschläge aus der Gesellschaft öffnen und diese in die Gestaltung einbeziehen. Und sie muss vor allem auch die Expertise anerkennen. Wenn man sich jetzt so Gremien anguckt, wie zum Beispiel den Digitalrat der Bundesregierung, dann fällt einem schnell auf, da fehlt die Zivilgesellschaft. Also das steht auch explizit auf der Website. Es ist ein Rat, der aus unabhängigen Expertinnen und Experten aus dem Bereich Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zusammengesetzt ist. Und auch wenn man sich zum Beispiel die Enquete-Kommission, die zu künstlicher Intelligenztakt ansieht, da sind zivilgesellschaftliche Organisationen vertreten, aber auch nur so zwei, drei. Auf europäischer Ebene, die High-Level-Stakeholder-Group, da ist es glaube ich nur eine, nämlich Access Now. Das heißt, die Zivilgesellschaft wird in diesen Prozessen häufig so als ja, Add-on, als nice to have, als okay, wir ticken auch noch diese Box und laden da jemanden ein, der halt nochmal die Perspektive einbringt und man verpasst damit eigentlich zu sagen, welche essentiellen Forderungen bzw. welche essentiellen Themen diese Player mit reinbringen und wie sich auch die Qualität erhöht und wie Themen auch gern mal kontrovers angesprochen werden, strittige Themen diskutiert werden von der Zivilgesellschaft, die in diesen Gremien einfach unerlässlich ist, unserer Meinung nach. Und was auch ein weiterer Punkt ist, also häufig sieht man ja an Forschung in den USA, gerade wenn es um neue Technologien geht, dann sind es marginalisierte Gruppen, die da diejenigen sind, die an der vordersten Front stehen, die als erste eben mitbekommen, wenn was nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll und wenn ihre Rechte eingeschränkt werden. Und diese marginalisierten Gruppen werden eben auch von unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen vertreten. Deswegen ist es besonders wichtig, die da mit vertreten zu haben. Und um dem Anspruch gerecht zu werden, das ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt, ist es natürlich auch wichtig für die digitale Zivilgesellschaft, sich aus diesem Digitalen rauszubewegen, hin zu Akteuren der breiteren Zivilgesellschaft, die sich zum Beispiel mit Nachhaltigkeitsthemen oder mit sozialen Themen befassen. Soviel zum ersten Punkt und wir haben es ja auch gerade schon gehört, warum ist es so wichtig, diese Zivilgesellschaft einzubinden, zeigt auch der Corona-Contact-Tracing-App-Fall. Und zwar, da wurde die Zivilgesellschaft nicht rechtzeitig einbezogen. Da haben zwar der CCC und FIF frühzeitig Anforderungskataloge entwickelt und gesagt, aus Sicht der Zivilgesellschaft müsste so eine App folgendes berücksichtigen und beinhalten. Leider hat die kostenlose Beratungsleistung damals niemand so wirklich in Anspruch genommen. Viel Energie sind die falschen Kanäle geflossen, viel Zeit wurde vergeben, bis dann die digitale Zivilgesellschaft, auch wieder der CCC, D64, FIF, einen offenen Brief geschrieben haben an den Gesundheitsminister. Man sieht hier die Schlagzeile, alle wissen es mittlerweile auch. Der Brief hat unter anderem auch dazu beigetragen, dass man sich dann für den dezentralen Approach entschlossen hat. Und auch das ist wiederum, und ich habe da jetzt keine genauen Einblicke, aber ich nehme an, auch eine Arbeit von wenigen Ehrenamtlichen, die sich da hinsetzen, die diesen Brief draften und die da drüber gehen und das dann in die richtigen Kanäle schicken. Das heißt, von außen bekommt man häufig den Eindruck, dass die digitale Zivilgesellschaft besser aufgestellt ist, als sie es eigentlich ist. Und sie könnte, und das ist jetzt die nächste Forderung, um einiges besser aufgestellt sein, wenn es gezielte Förderung gäbe für die Zivilgesellschaft, wenn es Fördermechanismen gäbe, die flexibel sind und die nicht nur Innovation im Blick haben. Also auch wenn man sich jetzt diesen Wir-versus-Virus-Hackathon ansieht, dann steht da Innovation im Vordergrund, da stehen neue Lösungen im Vordergrund. Es geht selten um Maintenance, darum Infrastruktur aufrecht zu erhalten und einen langen Atem zu haben, den man auf der Policy-Ebene braucht. Deswegen braucht es nachhaltige Unterstützung von Projekten, von Organisationen aus der Zivilgesellschaft, die sich nicht immer neu erfinden sollen müssen, wenn es eben um Projektanträge geht. Es braucht Kernfinanzierungen für die Organisationen und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, der häufig unter den Tisch fällt, das sind komplexe Themen, die man da behandelt und man will eigentlich die hellsten Köpfe in diesen Organisationen haben. Und wenn es aber immer nur befristete Verträge in einer prekären Arbeitssituation durch die Verträge sind, dann bekommt man diese hellen Köpfe nicht oder man bekommt sie zumindest nicht langfristig. Und eine nachhaltige Finanzierung kann auch dazu beitragen, eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Weiterbildung zu ermöglichen und so weiter. Dann, auch ein interessanter Punkt, geht es natürlich nicht nur darum, immer zu reagieren auf bestimmte Entwicklungen als digitale Zivilgesellschaft, sondern auch wirklich in die Zukunft zu denken, Visionen zu entwickeln. Und das kann man eigentlich auch nur, wenn man die nötigen Ressourcen hat, wenn man nicht schon immer drei Projektanträge gleichzeitig schreiben muss. Gleichzeitig geht es darum, sich stärker zu vernetzen, also auch wirklich so ein Ökosystem aus der digitalen Zivilgesellschaft herauszuentwickeln, die nicht nur deutschlandübergreifend gut vernetzt ist, sondern auch global und europäisch gut vernetzt ist. Es gibt da, wurde Anfang des Jahres eine neue Stiftung gegründet, und zwar die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Die wurde im Februar ins Leben gerufen. Und zwar ist das eine Stiftung, die eben Engagement und Ehrenamt fördern soll. Da gibt es 30 Millionen, die vergeben werden. Da gibt es Unterstützung wie Rechtsberatung und beim Verfassen von Förderanträgen. Und genau so etwas könnte halt auch eine gute Blaupause sein für eine Stiftung, die die digitale Zivilgesellschaft fördert, die eben nochmal stärker den Fokus auf etwas Digitales hat. Genau, soweit zu den ersten zwei Forderungen. Und Elisa erzählt jetzt was zu den anderen zwei. Genau. So, der Titel der nächsten Forderung stammt natürlich nicht aus unserer Feder. Alle, die hier schon öfter beim Netzpolitischen Amt zugehört haben, werden es wiedererkennen. Das geht zurück auf eine Kampagne der Free Software Foundation Europe namens Public Money, Public Code. Da geht es darum, dass Gelder, die aus öffentlicher Hand vergeben werden, nicht in Produktsilos verschwinden sollen, sondern die im besten Fall in Produkte fließen sollen und die weiterentwickeln sollen und vorantreiben sollen, die danach auch der Allgemeinheit in irgendeiner Form zur Verfügung stehen. Also klassisch Free Software und Open Source. Und weil es uns aber jetzt auch nicht nur um Code, um reinen Code geht, haben wir eine kleine Abänderung dieses Slogans aufgegriffen, der meines Wissens von der Wikimedia stammt, dass es eben darum geht, wenn öffentliches Geld verwendet wird, dann muss daraus auch öffentliches Gut geschaffen werden. Das klang lange Zeit wie Wunschdenken, auch wenn wir das alle unterschreiben, aber es geschehen Zeichen und Wunder, denn beim letzten CDU-Parteitag im Herbst hat tatsächlich die CDU beschlossen, dass sie das zu einer Vorgabe machen wollen, dass Verwaltungen tatsächlich jetzt nach und nach auf Open Source umschwenken und eben auf Open Source zurückgreifen, statt, ja keine Ahnung, irgendwelche anderen Office-Lösungen zum Beispiel zu verwenden. Das klingt erstmal, als wäre das ein total kleiner Schritt. Ja super, dann sind da irgendwie ein paar Leute in Amtsstuben und die machen halt LibreOffice statt Microsoft Office. Tatsächlich gibt die öffentliche Hand aber wirklich enorme Summen jedes Jahr für diese Services und für diese Produkte aus. Und wenn die jetzt auf einmal den kleinen Unternehmen oder den Hostern bereitstehen, die Dinge entwickeln, Tools weiterentwickeln, neue Module ranstricken an die Werkzeuge, die wir jetzt schon haben oder die einfach überarbeiten und besser machen, dann kann das tatsächlich einen ganz enormen Einfluss auf die Open Source Welt haben und für uns alle diese Werkzeuge, die wir halt nutzen und nutzen sollten, besser machen. Und wie viel cooler wäre es noch, wenn das nicht nur in Deutschland recht wird, sondern sogar auf EU-Ebene, wenn alle EU-Mitgliedsstaaten eine ähnliche Rechtsprechung einführen würden und EU-weit diese Gelder in den Open Source Bereich fließen würden. Und das könnte tatsächlich dazu führen, dass die großen Tech-Unternehmen auch umdenken müssen in ihrer Produktgestaltung, weil sie einfach keine öffentlichen Aufträge mehr kriegen können, wenn sie weiterhin proprietäre Tools produzieren. Also hier ist tatsächlich eine große Chance. Das war unsere dritte Forderung. Und mit der vierten schließt sich so ein bisschen der Kreis über die vorher genannten Empfehlungen und auch die Beispiele, die wir vorher genannt haben. Denn woran es ja vor allem hakt, sind nicht nur die Tools. Es ist wirklich die Gesamtschau auf die technischen Mittel, die uns bereitstellen, bis hin zur Infrastruktur. Es hapert an der Bandbreite, es hapert an Zugängen, es hapert an offenen Schnittstellen und an Protokollen, die genutzt werden und weiterentwickelt werden und verlässlich sind. Es geht uns also nicht nur darum, dass Policy-Arbeit gefördert wird oder dass jetzt eben ein bisschen mehr LibreOffice bezahlt wird als Microsoft Office, sondern es geht uns letztendlich um eins. Wir müssen besser vorbereitet sein. Was Corona gezeigt hat, ist, dass wir es nicht waren. Dass schon die Verlagerung von Teilen unseres Lebens in den digitalen Bereich uns echt vor große Herausforderungen auf allen Ebenen stellt. Und wir wissen nicht, wie die nächste Krise aussehen wird und welche Anforderungen sie an uns stellt. Sie wird anders sein. Das heißt, was wir brauchen, sind jetzt nicht diese eine Plattform für Videokommunikation, die mehr Datenschutz mit integriert. Das ist wichtig. Aber das ist nicht das, was uns auf Dauer am Leben hält. Was wir brauchen, ist eine Infrastruktur, die wir beherrschen, die wir im Griff haben. Die wir im Fall der Fälle bei geänderten Anforderungen anpassen können. Die wir skalieren können, die wir umbauen können. Das heißt, wir brauchen letztendlich eine Infrastruktur in diesem Land, die dem Gemeinwohl dient, die den Schulkindern gleichermaßen dient wie den kleinen Unternehmen. Das ist mehr als eine Innovationsförderung. Julia hat das schon gesagt. Wir brauchen Maintenance. Wir brauchen bezahlte Wartungsarbeiten an den Protokollen, Weiterentwicklung von Protokollen, Kommunikation darüber, wie man bestimmte Technologien weiterentwickeln will. Gerade werden viele von sehr grundlegenden Internetdiensten von Freiwilligen gewartet. Und alle, die im Open-Source-Bereich sind, hinterfragen das oft gar nicht. Denn so war es ja irgendwie schon immer. Die Leute an den Unis haben das gemacht. Wenn wir das mal übertragen auf andere Infrastrukturbereiche und uns vorstellen, dass unser Straßennetz oder unsere Wasserversorgung von Freiwilligen in ihrer Freizeit gewartet würde, würde uns ziemlich schnell klar werden, dass das nicht krisensicher ist. Und deswegen haben wir unsere letzte Forderung aufgestellt. Wir brauchen ein öffentliches Commitment für die Entwicklung einer digitalen Infrastruktur im Interesse der Öffentlichkeit, also für das Gemeinwohl. Und nur damit das klar ist, weil man ja nie weiß, wie andere das so verstehen, damit meinen wir nicht eine Kopfgeburt wie die nächste DE-Mail. Wir meinen auch nicht ein Schlandnetz. Sondern wir meinen, dass es ein Commitment braucht, existierende Projekte, jetzt schon stattfindendes Ehrenamt, tatsächlich mal anzuerkennen, auf eine gewisse Art und Weise auch zu entlohnen, zu fördern und einfach einen gesellschaftlichen Diskurs darüber abzuhalten, welche Technologien wir brauchen, damit wir als Gesellschaft überhaupt funktionsfähig sind. Und damit kommen wir auch schon fast zum Schluss. Genau, hier sind ein paar Vereine, die Organisationen, die mitgezeichnet haben. Die DigiGES natürlich, Digitale Gesellschaft, FIF hat mitgezeichnet, Chaos Computer Club, die Free Software Foundation Europe. Und was uns aber besonders freut, wir kriegen jeden Tag wieder weitere Nachrichten. Ich glaube, es sind mittlerweile 50 Unterzeichnende. und es sind Bibliotheken drunter, es sind mittlerweile auch Schulen drunter, die uns anschreiben, die natürlich genau nicken, wenn sie sehen, ja, uns fehlt es an Infrastruktur, wir wollen Empfehlungen haben, wir wollen Tools haben, die datenschutzfreundlich sind und die wir einfach guten Gewissens verwenden können für unsere Schüler und im Homeoffice. Also es gibt eine ganze Reihe an Unterzeichnenden und die Liste wird laufend ausgebaut. Der Text ist auf Englisch übersetzt worden, mittlerweile auch auf Französisch, das muss noch auf die Webseite, aber ja, Organisationen, die jetzt zuschauen, die sind herzlich eingeladen, da mitzuzeichnen. Und worum es uns, glaube ich, auch geht, ist zu sagen, dass das ist eigentlich erst der Anfang. Also diese vier Empfehlungen, die wir da in den paar wenigen Tagen geschrieben haben, die sind eigentlich ein Startschluss für was Längerfristiges. Nämlich muss man sich jetzt in den nächsten Monaten überlegen, mit welchen Beispielen kann man das noch untermauern? Welche Fälle gab es auch in letzter Zeit? Also Corona-App ist nur einer, auf die man verweisen kann, wenn man genau über diese Empfehlungen spricht. Und ich glaube, darum wird es jetzt gehen, diese ganze Seite auszubauen, diese Empfehlungen auszubauen und nochmal zu untermauern und laufend an die Politik zu tragen. Also das einmal zu versenden, bringt noch nicht so viel wahrscheinlich, aber da laufend dran zu erinnern und eine Anlaufstelle zu haben und das gemeinsam weiterzuentwickeln dann vielleicht schon. Genau, und das ist letztendlich auch schon der Abschluss. Wie geht es damit weiter? Das kann nur der Startschuss gewesen sein. Wir sind darauf angewiesen, dass wir alle, die ja in ganz unterschiedlichen Bereichen aktiv sind, dass wir uns diese Forderungen zunutze machen, dass wir uns Einzelteile daraus greifen, für die wir besonders glaubwürdig einstehen können. Und ja, dass wir vehement und laut fordern und nicht nach dem Ende von Corona, das hoffentlich irgendwann kommt, dass wir dann zurück zum Status Quo gehen und uns nicht dafür einsetzen, dass diese Infrastruktur endlich geschaffen wird. Dass das jetzt nicht passiert, wenn gerade das Haus brennt, dann ist das klar. Aber tatsächlich, die Zeit wird kommen, wo es ruhiger ist, wo wir mehr Ressourcen darauf verwenden können. Da wirklich vorausschauend, wie Julia schon gesagt hat, mit ein bisschen Vision, mit ein bisschen tatsächlich auch Geisteskraft, zu entwickeln, wie denn sowas überhaupt funktionieren kann. Ja, da auf die Zeit freue ich mich persönlich und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Dankeschön. Dann gibt es natürlich noch die Frage, wie man euch supporten kann. Indem man eben sich diese Empfehlungen zu eigen macht, indem man Leute darauf hinweist, indem man Organisationen, Schulen, die man kennt, einlädt zu zeichnen. Also momentan ist die Unterstützung noch sehr niedrigschwellig. Ja, indem man sich einbringt, indem man uns auch gerne anschreibt und nochmal Dinge übersetzt oder in Kreise spielt, in die sie vielleicht noch nicht gekommen sind. Nur um einen Gedanken noch zu ergänzen. Ich habe vorhin Schlandnetz gesagt und natürlich operieren wir gerade total innerhalb der deutschsprachigen Regionen und ich glaube, um das Ganze auch wirklich weiter voranzutreiben, brauchen wir da mehr EU-Politik und mehr EU-Stimmungsmache und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen lauter werden und uns noch ein bisschen mehr vernetzen mit Organisationen aus dem Bereich, die in anderen Ländern was ganz ähnliches machen, die wir gerade nur gar nicht wahrnehmen, weil einfach Sprachbarrieren dazwischen sind. Ich glaube, das ist was, wo Organisationen, die einfach nochmal über andere Kontakte verfügen, als wir richtig, richtig viel leisten könnten. Alles klar. Dann vielen Dank an euch. So. Und das war es dann auch schon mit diesem als politischen Abend. Und der nächste, der 94. politische Abend, der findet am 2.6. statt und wahrscheinlich wieder live. Also klickt euch fleißig rein. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und natürlich auch an die Seabays, die vielleicht mitgearbeitet habt. Und einen schönen Abend an euch alle. Und dann noch ein paar, die mitgemacht haben. Vielen Dank. Vielen Dank.